Na Markus, na Papa, hier sind wir jetzt am Hallofo-See, machen jetzt den Spaziergang am Morgen, haben es jetzt gerade irgendwie halb sechs glaube ich, und ich gehe jetzt mit dem Hund von Svenny mit Buddy erstmal spazieren, der wuselt da vorne rum, wenn ihr seht, hier geht die Sonne auf, ist ganz schön, ist hier auch alles ruhig, ist hier weiter bald keine Sau, ein paar andere Agner, aber mehr auch nicht, dann haben wir jetzt hier erstmal unsere Ruhe, heute soll ein schöner Tag werden, das ist ein einziger Tag mit Sonne, gestern war die ganze Zeit nur Regen, war scheiße, und morgen soll es auch wieder regnen, wird auch wieder scheiße, na mal gucken, und das hier ist einer von den Hallofo-Seen, wo wir jetzt hier gerade rumlaufen, da von dem Agnersee, wo die normalen Leute nicht hin dürfen, das ist halt alles schön mit Fischen voll, naja, und ansonsten, wo sind wir hier rum, haben gestern erstmal zwölf Stunden lang Fernsehen geguckt, irgendwie so eine Krimi-Serie, weiß jetzt immer noch nicht, wie die heißt, aber auch nebenbei noch schlafen, naja, dann welche Kraniche da hinten, am rum, soll sein, guck, wo müsste auch bald wieder kommen, um sechs, legt er wieder los, ja, bei dir fein, ne, fein, schicken wir jetzt Post nach Irland, Videopost, naja, haben wir hier einen nervigen Haufen vor uns, hier wird überall noch rumgebaggert, das sind 15 Jahre so alles fertig sein, alles, dass der See dann hier vergrößert wird, wo schauen, wie es dann aussehen, wenn man dann irgendwann mal, wenn wir hier mal alles fertig ist, dann sind ich und Sven wahrscheinlich auch alte Säcke, naja, nachher schicke ich euch mehr, also einmal nochmal rumgucken, malquetel,